Dürfte ich Ihnen das nachleuchtende Farbpigment vorstellen. Dies ist ein neues Konzeptpigment und gibt fast die gleiche Tageslicht und nachleuchtende Farben. 15 Farben sind momentan ständig verflügbar, aber neues Farbeherstellen ist nach Kundenwünsch immer möglich. Unter Tageslichten sehen Sie die normalen Pikken aus. In der Dunkelheit zeigt sich fast das identische nachleuchtende Farbe wie die Tageslichtenfarbe, die mittels einstunden lang mit bloß Augen beobachtbar und 24 Stunden mit dem leuchtenden Detektor messbar sind. Hier sehen wir die allgemeine Tendenz, dass sich die nachleuchtende Farbe mit der Zeit leichter verendet. Unsere nachleuchtende Effekte basieren auf Phosphoresens statt Phosphoresens. Das heißt, nach dem Energieaufladen können die Pigmente ohne Lichtquelle weiter leuchten. Synderisiert mit geheimen Know-how ist der Farbe-Eindruck unserer nachleuchtenden Farbpigment unbegrenzt und auch viel brillanter als die Mischung einfach aus dem nachleuchtenden Kurve und zusammen mit üblichem Pigment hier oben im Bild. Sonnenlicht ist die beste Lichtquelle und den nachleuchtende Effekt richtig zu stimulieren. Lampe und LL-Licht sind vergleichsweise schwach, sodass eine längere Aufladungszeit und näher an die Quelle erforderlich ist. Zwei Partikelgröße sind gefährlicher. Der Durchmesser von 100 bis 180 Mikrometer ist eher für die allgemeine Anwendung. 150 bis 100 Mikrometer passt besser zum Malen und Drücken. Im Prinzip her sind als Tageslichter und nachleuchtenden Farben von 100 bis 180 Mikrometer Pigmenten etwas stärker hier auf der rechten Seite in der Birne. Über die möglichen Anwendungen. Nachleuchtende Farbpigmenten genommen werden und nachleuchtende Sandmalerei zu kreieren. Hier nur Klebe und gute Kunstidee sind nötig. Die Anwendung Aquarmalerei ist eine perfekte Alternative. Dies kann einfach durch Mischen von nachleuchtenden Farbpigmenten mit transparenter Wasserfarbe erfolgen. Mit Wasserfarbe ist es möglich, eine bestimmte Farbeschüchte Dicke zu erreichen und einen faszinierenden, nachleuchtenden Effekt zu erzeugen. Nachleuchtende Farbpigmenten kann in Hartz eingebracht werden und einen besonderen, nachleuchtenden Effekt zu erzielen. Zum Beispiel der Schlüsselanhänger wird hier gezeigt. Es kann auch in Nagellach eingesetzt werden, was zu einem ungewöhnlichen, nachleuchtenden Effekt auf den Nägeln führt. Gemischt mit nachleuchtenden Farbpigmenten ist FIMO dann möglich, in verschiedenen Farben zu leuchten. Nachleuchtende Skulptur und Dekorationen aus FIMO sind nicht mehr nur gelb-grün und blau. Indirekte Anwendungen, die mit Masterpages verbunden sind, ermöglichen das Einbau von nachleuchtenden Farbpigmenten in verschiedene Polymermaterialien, wodurch Kunststoffprodukte ein buntes Aussehen in der Dunkelheit bekommen. Nachleuchtende Farbe Masterpages ist nicht nur für Instruktionsproduktion, zum Beispiel 3D-Drucker, Filament oder Menipid, sondern auch gut zur Spritzgussproduktion passen. Die Endprodukte werden sehr ähnliches Tageslicht und nachleuchtende Farbe haben. Speziäres Masterpages zu verarbeiten und speziellen Produkten nach Wunderburg ist ebenfalls sehr härtlich. Zum Beispiel etwas Masterpages für Kleider hier. Wir sind sehr gerne bereit, Ihre Kreationen und Geschäftsideen zu unterstützen. Die Schlussvorgelung kann die Erfreude-Effekte jetzt ziemlich bunt sein. Wir freuen uns auf Ihre eigene Kreationen und Applikationen. Viel Spaß!